hallo leute und heute oder jetzt zeige ich euch erst mal ein video wie ihr ein aufnahmeprogramm installiert und das geht zwar so ihr geht erst mal auf playstore dann gebt ihr hier oben b10 ein wenn ihr das dann gemacht habt dann müsstet ihr hier so lang dann installiert ihr euch als erstes dieses hier plug-in samsung v2.0 so wenn ihr das dann habt also ich hab schon installiert deswegen mache ich es jetzt nicht noch mal auf jeden fall aber wenn ihr es dann installiert habt geht ihr zurück und installiert euch dann das hier das ist die hauptsache des aufnahmeprogramms dann geht ihr auf installieren und so und wenn ihr es dann installiert habt geht ihr zurück und habt es dann irgendwo folgenfreier platz ist ich hab jetzt hier bei let's play drinnen in diesem teil also dann habt ihr mobi 10 müsst euch so hier aussehen wenn ihr hier drauf klickt seht ihr welche videos die ihr schon gemacht habt und wenn ihr hier drauf klickt dann öffnet sich das halt nur da so dieses plug-in das ihr als erstes installiert das habt ihr nicht offen des kopfes ist sofort bei diesem mobi 10 dabei und das ist so dieses smart voice recorder das eigentlich nicht so wichtig und das war es eigentlich auch schon und dann würde ich mal sagen ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und tschüss bis zum nächsten video